Entschuldigung, bist du Walter? Ja. Hey, krass, wie geht's dir, man? Alles gut? Hallo, hi. Gut. Hey, wie geht's dir? Hey, Süße, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ist deine Tochter? Ja. Süß, süß, süß. Wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, alles okay. Ey, ich habe eine kurze Frage. Kann ich mit dir so ein Challenge machen, ein kleines Quiz mit der Kamera? Falls du kein Problem damit hast, perfekt, süß. Okay. Also es geht um das Thema Liebe. Ich glaube, du bist verheiratet, oder? Ja. Schön, sehr schön, sehr schön. Also fang mir gerade an mit der ersten Frage. Ist es gut für dich? Ist okay. Also kurz nebenbei, hast du eine beste Freundin? Safe, ja, das habe ich. Geil, geil, geil. Alles geil. Sagt deine Frau nichts dagegen? Sogar meine Frau hat nichts dagegen. Ah, das ist krass. Das ist wirklich krass. Also, ich weiß ja nicht, wie wohlhabend deine beste Freundin ist oder so, aber ruf sie mal jetzt an. Also ich sage so, sie ist im Stande vielleicht, ihr Haus zu verkaufen, um mir zu helfen. Das ist echt krass unvoll. Wirklich. Das kann man schätzen. Also mach hier mal so. Rufst du sie jetzt an und fragst sie nach 5.000 Franken, weil du irgendeinen Kredit offen hast. Ist das nicht dein Ernst jetzt? Ey, komm, Bruder, mach das für mich. Mach das für die Zuschauer. Also, mach mit dir. Ey, geil, 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 sehr geil, sehr geil, sehr geil. Hallo? Mam? Hoi? Si je? Mir, mir. Mam, desh ta me ta bo një pytje. Jam qytet, i kam disa pagesa per me bo, mu desh të në 5.000 Franken. Aki shemut mi midhon? Uch, ti aliam, hait de mere, psegiom. Azi spilti tja piu, ne? Hait de vich meru. Taha zamu, taha losg'ma, an diri. Ha, ich spilti ja. Azi. Ja. Das hat mir wirklich doch nie. Du hast deine Mutter angerufen? Ja. Bruder, krass. Ehrlich. Respekt, Bruder. ki